Das heißt, auf 3, also ich ziehe das auf 3 runter, dann drücken wir beide auf Aufnahme, dann warten wir kurz. Hey Leute, der erklärt ja gerade ganz viel Müll und Willkommen, Willkommen einfach, okay? Und dann sagen wir beide HAL! Dann können wir das so schneiden, schließen. Ja, bin dabei. Gut, okay. Ähm. Okay, also du warst 1, 2, so zählen. Ja, 1, 2. Gut, okay, dann zähl ich jetzt bis 3 und dann zählst du komm 1, 2. Ja, gut, ja, können wir jetzt mal, danke. 1, 2, 3. HAL! HAL! Okay. Bei mir hat die Aufnahme noch gar nicht gestartet, man hat dann HAL gar nicht gehört. Boah, geil, oder? Danke. Dann können wir auch jetzt bis 3 zählen, weil wenn man Aufnahme auf will, läuft ja schon, dann können wir so schneiden. Ja. Ja? Darf ich so machen? Ja. Okay. 1, 2, Wir kommen wieder nicht zum Aufnehmen. Hi! 1, 2, 3. Hi! Na, ich war ein bisschen schon später, aber egal. Spoiler Hands, viel Signal, danke, erster Part, bei mir und bei Sam unten in der Beschreibung, nicht Fuchs, Sam. Okay, danke. War ein Insider. Ja. Also, neue Spiel, er hat die Schnauze, ich halte die Schnauze, weil da kommt jetzt ein Intro. Oh, hältst du das gemacht? Halt die Schnauze. Nein, ich will nicht reden. Ja. Weißt du, er hält jetzt die Schnauze, ich halte aber gar nicht die Schnauze in der Aufnahme, egal. Ich bin ruhig, Entschuldigung. Ich bin ruhig, ich habe ein paar Audio-Probleme. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Halt die Schnauze. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Oh. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Ziel! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich mit Nora. Gott, kann das jetzt mal aufhören? Entschuldigung, tut mir echt leider eigentlich. Guck dir das an! Ich hasse das gerade, oder? Ihr seht das gerade, oder? Ja, ich hoffe. Tut mir leid. Jetzt wird es nicht mehr passieren. Du willst doch eigentlich wieder reden, ne? Nein. Eigentlich ja schon. Jetzt kommt ja nur noch Musik. Ja, komm, wir überspringen das mal. Yeah! Escape! Hä? Escape? Was ist Escape? Was ist Escape? Was ist Escape? Ich frag mich über deine Anticke. Was zum Fick ist Escape? Ach so, warte. Ja, ich kann das nicht stoppen. Mach ja eigentlich mal. Ah, jetzt. Ja, eigentlich hab ich schon den Char ausgewählt, aber danke. Name. Name. Zieh mich. Äh, ich kann mich... Okay. Weiß drauf. Was nehmen wir denn hübsch aus? Hm. Ah, ist hübsch. Ich find das ziemlich auch hübsch, danke. Passt doch. Perfekt. Charakter bestätigen. Ich bin bereit. Danke, dass du auch bereit bist. Ich bin bereit. Ben. 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 Also, was man jetzt folgendes gesehen hat, ähm, im Video. Da kam halt erstmal Musik, dann stellst du dir vor, ja, wir sind hier in der Schule und machen dieses Spiel. Gut erklärt. Dann sind wir mit deiner Rakete. Danke, dass du Hyperions gut gefolgt bist. Leider wird die Helios kaum Station zur Stunde von wahnsinnigen Saal-Militär-Einheiten angegriffen. Bitte nimm dieses ECO-Gerät. Folge mir nun. Ich führe dich jetzt zu deinem Kumpack-Ira. Also, wir haben nur ein Video gesehen, wie wir in eine Rakete eingestiegen sind, hier losgeflogen sind, eben schon von Beniten angegriffen wurden und, ähm, dann hier gelandet sind. Mehr oder weniger. Rufen. Hast du auch eine Pistole? Guck mal. Äh, ich hab ne Sniper und ne Pistole. Alter, das ist das für ne Pistole. Äh, wir sollten zu dem Ding da, oder? Ja, ich glaub's. Die. Ja, beruhig dich. Wow. Bist du ein Spaß, die Höhne. Das ist n'n richtiger Don. I donny. Ha, ha, fuck, was ist das? Ja, ich weiß, ich bin Jesus main. Das ist Josch. Josch ist Jesus? Josch ist Jesus. 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 Josch ist Jesus. Oh Gott. Joch! ח Böhm. Sorge ich kannis mehr. Mach's Gott echt gut! No scope. Josech. Star I donny. ja ich habe so gerade zu eben aber das geht irgendwie ich danke in dein leben oder was aus guck mal noch so ich will schon auf die rum unterschließen weil ich noch im vorletzten hey beruhig dich ja ist okay ich nehme die pistole ich hoffe der spiel ist nicht so leise er liebt mich du hast drüber geredet tschuldigung bei mir nicht er liebt dich genau auch danke gut guck halt nicht meine videos ja 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 dann kaufst du sie jetzt auf steam ja ich habe selber nicht mal nahkampf 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 oh warte jetzt wieder ein kill ich schaff das easy aber hier ist ja normal zu sterben zweimal ist aber auch normal so gut habe ich mich seit mams tot nicht mehr gefühlt okay 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 ja man hat ja immer so um sagt so ein ähm audiolog oder so eine vorgeschichte ja ja entschuldigung alles ich war auf dein kopf ich war auf dem macht aber spaß diese verrückten haben die helios station angegriffen kaum dass ich euch gerufen hatte wenn wir sie zurückschlagen können wir in ruhe nach der kammer auf der mond klären das stamm aktivieren oh bing das ist kugeln das ist kugeln mit der wieder auch mit der kohle schützt die steuerung ich habe die schnauhe die ist dass die aktivierte der will nicht das kenne ich noch muss man die da abballern spoiler ich treffe mich ich habe ich habe dort aufschossen das ist viel cooler geld 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 wir sind glaube ich nicht in den Aufnahmengenal das heißt wir sind jetzt hier wenn man reinkommt ja dann beleidigen wir einfach das ist mein Lieblingssatz die Sätze auf welcher hast du hast du knie äh äh sterung nö mhm mhm strukturzuweisung c? auf c? sind wir nicht ok umgewöhnung ok oh Misch oh wirst 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 haare gott ist die helspiche nak heike hehehe das ist böse dann ist böse danke dass du alles auswendig kennst ich kann es lesen ja neue Fähigkeiten habe ich jetzt auf es gilt da laufe ich rückwärts rückwärts ja 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 du kannst lesen vorteil lesen der kompass kompass wir lesen kann jetzt im vorteil aber ich dachte der hätte jack gesagt wer es nicht weiß der heißt er ist verwandt mit John Marston John Shippard was tut mir da auch was ich am liebsten mag ist halt deine frau ja danke ich mag die auch aber ich habe meine noch die die grad ziemlich spiel also nicht schock ich habe sie stark was machen diese irren denn wir haben nicht mal echtes Militär hier oben wir wurden Arbeiter und unsere will ich abhauen die zu Energie war einkaufen ja Ja, gesprungen. Nö. Wir sind bei der Mondstadt! Los! 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 Ah! Ja, wow, mein Name. Vergiss nicht wieder dein Video zu nennen. Ich werde dich für die Einzige vorbereiten, oder? Danke! Da schneide ich raus! Da schneide ich rein! Nee! Ja! Ja! Keine Ahnung, wieso die da Typen Jack töten wollten? Ich hatte Vermutung, Geld, Wache. Aber wer brauchte hier schon ehmals einen Ort? Ja! Dann brauchte ich mich noch. Gott zum Fick! Und was hier? Ah! Sam, 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 ich kenn das noch. Was? Hast du schon klappt? Ja, genau! Klaue einfach alle! Missgeburt, ey! Ja, da schneide ich jetzt ins Intro. Missgeburt. Äh... Nochmal. Äh... Da ist es? Ja. Äh... Ah! Okay. Komm, wir brauchen wir nicht. Welche Pistole möchtest du haben? Wir brauchen wir nicht. Komm, check. Wir machen das alleine. Das ist Don. Wir werden geläutet durch die Inze! Äh, ich sag mal... Killing. Ja. Du, dieses Typ. Okay. Es ist da total... Ah! Kann fliegen! Au! Äh, wieso ist der schon halb live? Äh, das ist schon immer so... Schuttle. Das heißt, du spielst auch Fahrer-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau-Kau. Ähm, wo? Ah, da! Wackere Wolle. Wolle was cool. Deswegen war ich mit Michael oder eine Frau. Weil die alles gut hier folgen. Kannst du jetzt aufhören, die Leute wegzuballern, die ich töten will? Das bin ich ja gar nicht. Ich hab's auf Ausnahme. Ich hab's auf Ausnahme. Ich hab's auf Ausnahme. Ja, ich hab'si. Nein. Die sind richtig. was kann ich denn machen hast du zugehört minimal weil ich finde ihn immer noch lustig äh was du aufzug da oben oder geht nicht hallo es geht nicht es geht bist du dumm was denn ne waffe darf ich die haben er baut Lego ich bin in Don auch ich bin erster ich bin erster 2 größten 2 größten was war die größte Mein Freund und ich, wir sind schonmal so rausgekommen, dass wir nicht mehr mit dem Ding rufen konnten, ne? Dann wären wir wieder unten. Okay. Ja, will ich einfach. Falsch. Nein! Nein! Guten Tag. Ja, fang weiter hoch, fang zu hier rein. Kaldes geht. Wohaahaha! Wohaah! Götchen! Nee, und klau die Waffen, lau! Aber hier war ein Waffen. Ich hasse dich. Kannst du das nicht schnell drücken? So, das war die erste und letzte Folge. Ne, jetzt komm her, ich schmeiß mal auf den Punkt. Ich glaub ich hab Süße den Beste erwischt. Wow. So, ich such mir seine aus, wenn du nicht schnell genug bist. Oh. Doku. Kacke. 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 Weck mich. Kacke. 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 Kacke.